so ein herzlich willkommen von mir ich bin der SnipesBob und wir spielen eine weitere Folge Slenderman haben den Part übersprungen habe ich auch nur gemacht weil ich euch das halt nicht antun will hier dieses elendige laufe waren nur ein paar sinnlose zettel und so viel wir sind halt jetzt hier bei den Silos gelandet hinten sind wir anscheinend mit der Karre gefahren aber wir gucken uns auf jeden Fall ein Video an also wir sind sozusagen nicht diese Person selber wieder diesmal im Moment sondern gucken uns sozusagen erstmal ein Video an wo wir eine Person spielen die wahrscheinlich auch eine Menge mit dem Slenderman zu tun hat hätten sehe ich schon eine Mühle wir laufen mal zur Mühle da vorne der Generator wo ich da gerade nicht da stande der ist leer ich habe auch schon geguckt Feindgas Feuer Silo Generator anscheinend stehen unsere Aufgaben stehen jetzt immer im Menü die wir machen müssen von daher ist das dann ein bisschen unkomplizierter wenn wir irgendwas suchen halt müssen hoffe ich jetzt zumindest ist anscheinend eine Tür oder? ist eine Tür? ja es ist eine Tür laufen wir mal rein in die Hütte was ist das? also das ist unser Licht so ich habe schon ein bisschen Angst wieder was ist das? also das ist unser Licht so ich weiß schon wieder worin das endet ich weiß schon wieder worin das endet so in den Dunkelhelden da ist... oh nein geh weg ist er weg oh gut oh hier ist ein Punkt ach haben wir schon wieder was gefunden wir haben schon wieder was gefunden Wernie Spool Reservable Book Stories 1 was ist das? oh Gas vor irgendwas in den Eddates Dings da, Booms da ich laufe mal weiter wir müssen anscheinend diese ganzen Kanister aufheben ich glaube es zumindest da ist niemand ich glaube man auch da es hat sich was bewegt also das war ich nicht einfach mal wieder gerade auf alter scheiß alter scheiß wir folgen ja meine Güte der ist eigentlich still mit dem noch im Kanister die ganze Kanister anscheinend alter kacke kacke die ist doch geistig zurückgeblieben ich bin geistig zurückgeblieben der ist nicht so geistig verhindert ich geh langsam kaputt also noch gehts ich spiel das spiel jetzt wieder also ich mach das jetzt in Tagesabständen weil anders ist das gar nicht schaffbar wenn man einfach in einer Aufnahme so fertig ist ich zitter jedes Mal danach so ich weiß nicht ob ich nur zwei Kanister finden muss wir hauen jetzt erstmal ab hier aus der guten Stube ja wir haben jetzt alle Kanister gefunden anscheinend wieso ich wollte schon sagen ey es wird zu langsam Nacht hier es tut mir leid dass ich einen Kapitel übersprungen habe aber ähm also ich hab's nicht also ich sehe es nicht ein so ein Let's Plan zu starten wo ich dann die ganze Zeit nur Stoß in Laber oder fast gar nicht rede und ich hab halt in der Aufnahme gar nicht geredet weil es boah ich spiel halt die ganze Zeit im Camp und ich scherze glaube ok es geht scheint los wir laufen wir haben gelernt in einem warte scheiße nein nein pfff hä was wird das ich bin die Hexe alter ok 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 ich hab das Vieh nicht mag also ich muss mal so sagen ich hab mich grad erschreckt mein Kontroller ist zum Glück noch in der Hand zum Glück noch ich hab ne Angst sie schmeißen gleich weg bei so ner Aktion wir starten anscheinend wieder von dem gleichen Zeug ähm ich weiß nicht ob wir irgendwas ja wir haben es jetzt begriffen wir laufen jetzt einfach den Weg wir haben keinen Flashlight NEIN OLTER renn einfach zum Generator hin gleich zum Silo pack ey das Ding ist so schnell und diesmal hab ich mich erschreckt hör diesmal hab ich mich richtig erschreckt weil ich schon fast gesehen ok ok prima ich brauch langsam ne Taktik ich bin zu zweck mal gestoffer das erste mal gar nichts gesehen ok ne einer Montur dahinter wir müssen dahinter dahinten steht der Generator einmal durchs Feld einmal durchs Feld wenn wir den Scheißdingen entgegen laufen wir wollen zum Generator renn 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 um dein Leben renn um dein Leben renn um dein Leben komm 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 wir müssen es dahinter schaffen komm 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 weg von dem Ding weg von dem Ding alter weg von dem Ding alter ich renne komm 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 da hinten ist der Generator NEIN komm los los das Ding ist uns her wir haben jetzt angerucht wir haben es selber schon vor uns eingesammelt ich hab schon gedacht da steht es ja schon wieder was denn was war das für eine Aktion gerade alter das ist unser kleiner Slenderman das ist unser kleiner Slenderman vor uns die Z-Liter sehen müssen wir uns entschuldigung dass ich das vorgespielt habe wenn ich es wieder mache ich hab immer noch keine Taschenlampe das kotzt mich auch nicht an ich find ehrlich gesagt eine Taschenlampe finde ich definitiv besser hier im Gameplay weil ich seh auch so nichts wir sind jetzt im Silo hier wahrscheinlich Spürfässer bräuchte ich jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall wir gucken uns hier ein bisschen um weil wir ihr kennt mich ja ich zöger es ja immer heraus erschreckt zu werden erschreckt zu werden und eine Zeichnung lieber Mama, Papa am Strand also entweder hat es ein Cape oder die lieben Eltern haben den Kopf abgeschlagen ja auch mal sie hat einfach einen Cape und es hat einen Cape wir wissen ja nicht was es für ein Geschlecht ist solche Zeichnung finde ich cool das ist besser als die ganzen englischen Dinger ne bin ich nicht rein ich hab Angst dass sonst das Ding gleich wieder in den Kinkerrand kommt Alter, was war denn das für eine Aktion Alter gerade Schlüssel picked up äh Gage Schlüssel ok also ich hab einen Schlüssel aufbogen sowas kann ich noch übersetzen wo da liegt was oh ich kann mich nicht mal sehen boah alter da muss ich meine Augen jetzt anstrengen seht ihr das da oben über dem Mann in der Mitte was ist das ist das ein Mensch äh kann das auch nicht sein dass das Lenders oder irgendwas das da im Fenster steht also mir kommt es gerade zuvor vielleicht ist es auch einfach nur ein Mensch der da raus guckt so ja wir können ja mal gucken aber wir müssen jetzt anscheinend in eine Kirsche ähm Alter weiß ich nicht auch wieder was auf diesen Schildern auf den Schildern steht nämlich was drauf äh immer und da ähm scheint es halt so dass wir in eine Kirsche rein müssen jetzt da ist anscheinend diese Kirsche oder zu der wir hin müssen Friedhof ist natürlich so eine Sache da bin ich extrem vorsichtig ich geh mal kurz den Zogen ab ich muss ja irgendwo reinkommen ey ich will nicht schon wieder was fällt nicht so ernst es tut mir leid wir müssen wieder verlaufen die Kette aber von mir ich bin halt der Meister am Verlaufen mittlerweile geworden ne alter ich muss doch nicht übers Feld kann es jetzt nicht sein gucken wir mal kurz ach nein das kleine Vieh das hat hier irgendwo ich weiß wie das gleich endet entweder begegnen wir gleich wieder Slenderman ich hab früher immer übel zu Baumhäusern geliebt äh wir haben uns mal irgendwann aus Spaß haben wir uns selber ins mal gebaut wisst und richtig hammer und nice gewesen das ist doch eingebrochen ich konnte mich am ersten festhalten mein Kollege nicht da war es geringt ne war nur drin das ganze Zeug naja auf jeden Fall ähm wir haben mich festgehalten und ja ist halt plötzlich runter krach auf dem Boden ich glaube 2m auf dem Rücken es tut schon weh er quietscht alles er ändert sich ja die ganze Gefahr das ist anscheinend das Silo hier das ist für sich nicht ok ähm diese Farbveränderungen die Farbveränderungen sieht nicht wirklich schön aus liebe Leute der hohen Volkskunst von Slenderman ich bedanke mich mal wieder an die Spielemacher ähm ich hab ein bisschen Angst wir müssen zu Kirsche wir wissen wo es lang geht also gibt es nur einen Weg rennen rennen ich kann nicht mehr rennen der Wahnsinn ich weiß dass die kleine Fotze irgendwo da drin auf mich wartet und sie wird mich bestimmt holen da ganz hinten ist die Kirsche laufen wir auf dem geraden Weg? ja wäre jetzt mein Plan gewesen wir rennen wir rennen nein nein alter die Mucke alter nein meine Aufnahme läuft auch zum Glück alter Scheiße alter was geht denn hier ab? das ist doch kein normaler Nebel Alter ich will gar nicht wissen was passiert werden wenn wir nicht gerannt werden nein alter das war gerade ein Punkt ich hab nicht vom Bock mehr schreckt die Gräber sind natürlich eine tolle Sache weißt ja immer was Gutes und ob so eine gute Idee ist hier rein zu gehen nein nein ach du scheiße ich hab so langsam der Hemmschwelle gegen dieses Spiel das ist kein das ist kein warum ich weiß nicht warum hab ich mir das Spiel runtergeladen warum hab ich Let's Play gestartet warum mach ich das hier okay wahrscheinlich du bist da ausabiert ExploreFarm Alter wir müssen ja anscheinend was ist denn das alles nein Alter ich hab Alter ich weiß nicht ob es richtig oder falsch war was ich gerade gemacht hab ich hoffe wir müssen nicht von Anfang an wieder anfangen ich bin ich bin einfach wieder so im Arsch ich zittere jetzt schon wieder ich spiele das Spiel seit 14 Minuten und Ey, da muss ich nebenbei Wodka trinken, um das zu ertragen hier. Ne, da muss ich alles vorn machen. Gut, wir sind anscheinend schon bei der Kirche. Gut, wieder kurz sammeln. Wir wissen ja... Alter, ohne Scheiß. Ich denke, da kommt die Slender-Musik. Erstmal kommt Slender. Gut. Umdrehen, nicht lachen, oder? Juhuuu! So, deine Teile heben und dich auf. Wo sind wir hier? Ich muss doch alles so schnell wie möglich auch sammeln. Vielleicht machen wir hier einen Exorzisten draus? Ja, aber wir machen jetzt einfach fettes Exorzisten draus. Alter, ohne Scheiße. Das geht gleich. Pass auf, wir heben erst mal nur die Pop-Auf, halt. Das kommt bestimmt aus der Tür, das kommt bestimmt aus der Tür. Mach den Exorzisten, mach den Exorzisten. Wenn du jetzt hochpackst. Nein! 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 Alter, das ist mehr als belastet. Nein! 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 Liebe, liebe Leute! Ich liebe euch! Aber... Wir müssen kratzen! ... ... ... ... ... ... ... ... ich habe ja die vermutung ich habe doch drücken ja die spiel auf jeden fall zu dem punkt weiter das war jetzt erstens land die lösung die finde ich noch raus entweder über youtube oder ich probiere ja ich zeig euch schon mal kurz den anfang bis zu den generatoren und wie ich da hingekommen bin ich bin in beide häuser nebenan ist auch noch ein haus ich verabschiede mich jetzt erst mal von meiner runde slenderman muss sein und entweder schaffe ich heute noch die folge gleich mit danach raus oder ihr werdet die folge dann den nächsten tag sehen und ich bedanke mich auch erst mal dass ihr mir zuschaut und noch bei slenderman und heute nye jungs und Mädels ja 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 ja